So, jetzt haben wir es rausgeholt aus dem Zwiebelwasser. Jetzt schauen wir uns das an, wie das geworden ist. Ihr seht ja schon, da sind wir schon fleißig gewesen und es ist jedes Ei einzigartig und jedes spannend. Also es ist keins, was nicht spannend ist. Unsere Kinder, wir machen.